Jo Leute, was geht? Willkommen zu meinem neuen Video. Und heute spielen wir wieder mal FIFA und zwar Online-Season. So Leute, wir haben unseren Gegner gefunden. Er hat 181 Team Gesamtbewertung. Hat, ja. Also geht noch. Das geht einfach noch. Wir müssen das gewinnen. Wenn ich Liga 3 wähle, dann muss ich das gewinnen. Das muss ich gewinnen. Bis jetzt eine durchaus zufriedenstellende Saison für Sie, angesichts der bisherigen Leistung, denke ich, dass Sie den Klassner halt schaffen können. Oskar. Oskar. Oskar schießt. Schlecht. Da oben. Sterling. 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 Sané, Lira, Sané 1-0. 1-0. Ja, Mann, Alter. Ja, Mann, ist der Lira. Äh, Sané. Schiss, der Lira. Da. Da. Batschuhai. Batschuhai. Ja. Fuck you. I fuck you, I fuck you, I don't know. I think I don't know. Ich dunkel. I fuck you, I fuck you, I fuck you. If I sk夜 starts toes meet you, I think you are a fan of the car. Sane! 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 Gute Aktion! Aspili Queta jetzt! Conte! Fernandinho jetzt am Bach! Jetzt Ramsey! Das ist einfach unverdient, einfach unverdient! Er ist drin! Tor durch! In Sterling! Jetzt steht's unentschieden! Das Spiel ist ausge... Nun Fernandinho! Ball bei Oskar! Wird's jetzt gefährlich? 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 Fernandinho! Wird's jetzt gefährlich? Wird's jetzt gefährlich? ähm, was ist das? Ja dann einer reingehlt! Batschwein! Uhhh! Batschwein! Was ist hier Foul? Was hast du hier gesehen? Sag mal bitte was ist hier für eine rote Karte? Was war das so für eine rote Karte hier? Mann! Was war das hier für eine rote Karte? Und nun Fernandinho! Und das ist gelb oder? Komm, gib ihm nur gelb! Gelb, sicher ist das gelb! Oskar, stark von Oskar! Oskar! 2-2 Y'all new to the game! So spielt man, so... So spielt man! Du musst sie eigentlich rücken! Keine Anwälte! Undema. Mann, Mann! Sondern sie schaffen den ausgleich, alles wiederhoffen. Und sie kommen zurück. Das war der Ausgleich zum 3-3. Ne, ne ne ne, reine Ceraini. Gerne nicht gut. gut gut wirklich n**** gib ihm scheiß 12 Meter ja dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das ganze noch schlimmer werden n**** 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Was war das jetzt von Kapitän alter? Mann, 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 ja, ne, 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 ne. ...wissen mit der zahlenmäßigen Überlegenheit wirklich gut umzugehen und spielen das hier klug aus. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. Es steht 5 zu 3. Warum feierst du das? Was ist hier voll? Was siehst du hier? Was sagt er? Was für ein Kass! 5-3-Faul. Ja, Alter. Sollte das war 7 Punkte noch 3-4 schaffen, um in dieser Liga zu bleiben, dann brauchen wir noch 9 Punkte um Liga 3 zu schaffen und 12 Punkte um Titel zu gewinnen. Aber ja, schafft ihr das. Gut Leute, wir sehen uns wieder mal morgen. Lass einfach Like, meinen Channel abonnieren und ja, das war's. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!